Musik Hey Syren, auf dem Weg zur Arbeit habe ich mich heute Morgen gefragt, ob ich zu Hause alle Lampen ausgeschaltet habe. Kann ich das irgendwie überprüfen oder muss ich dazu etwa nach Hause telefonieren? Nein, nein Sebastian, im 21. Jahrhundert haben wir dafür viel bessere Lösungen parat. Du kannst nicht nur nachschauen, ob die Lampen ein- oder ausgeschaltet sind, du kannst dir auch noch die Laufzeit und den Installationsort anzeigen lassen. Ich kann also von hier auf mein Haus zugreifen. Im privaten Bereich nutzen wir dank smarter Assistenten den Fernzugriff schon recht häufig. Warum das im industriellen Umfeld sinnvoll und auch notwendig ist, schauen wir uns nun mal genauer an. Bereits in den 70er Jahren hat man sich darüber Gedanken gemacht, wie man nach Hause telefonieren kann. Wie bekomme ich Informationen aus meiner Anlage? Dazu hat man eine Wählverbindung mit der Maschine oder Anlage hergestellt. Die Kommunikation wurde dann über den analogen Anschluss, ISDN oder eine Mobilfunkverbindung aufgebaut. Teleservice ist also der Datenaustausch mit entfernt stehenden technischen Anlagen, Maschinen, Produktionsanlagen, Computern oder Ähnlichem. Zum Zweck der Fehlererkennung, Diagnose, Wartung, Datenanalyse oder Optimierung. Heute erfolgt die Kommunikation weitestgehend über IP-Verbindungen und man spricht ausschließlich von Fernwartung. Aber was spricht denn eigentlich für Fernwartung? In einer Produktion geht es immer nur um das eine, die Maschinen am Laufen erhalten. Sollte es jedoch einmal zu einem Ausfall kommen, kann durch den Fernzugriff auf die Maschine bereits eine erste Diagnose gestellt werden. Sie steigert die Verfügbarkeit der Anlagen, vermeidet Stillstände und unterstützt das Personal vor Ort. Obendrauf werden hierdurch auch noch Kosten für die Instandhaltung eingespart, da mein Servicetechniker nicht mehr wegen jedem kleinen Fehler auf die Straße muss. Der traditionelle Ansatz der Fernwartung ist das Dial-in-Konzept. Dabei wählt sich der Servicetechniker in die Maschine ein. Das ist technisch jedoch sehr aufwendig und komplex, sowohl für den Betreiber als auch für den Anbieter. Außerdem muss die Verbindung für jeden Betreiber individuell eingestellt werden. Der Betreiber hat in diesem Konzept auch nicht die Verbindungskontrolle und die Maschine ist nicht geschützt. Habe ich nun mehrere Servicetechniker, verbindet sich jeder von ihnen mit einer Maschine. Wenn nun aber alle Servicetechniker mit jeder Maschine sprechen wollen, dann wird es sehr kompliziert und technisch anspruchsvoll. Abhilfe schafft hier ein anderes Konzept, die ausgehende Verbindung. In diesem Fall startet die Maschine die Kommunikation über das Internet zum Serviceanbieter. Über einen zentralen Knotenpunkt wird die Maschine einem Techniker zugewiesen. Sören, du hast gerade Internet gesagt. Ist das nicht gefährlich? Sebastian, aus deiner Schulzeit kennst du noch die Kommunikation mit diesen kleinen Zettelchen. Wenn davon mal wieder einer durch die Klasse ging, bei der Lehrerin landete und sie dann laut vorlas, Liebe Beate, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht? Dann war das sicher ziemlich peinlich und vor allem eins, unverschlüsselt. In meiner Schulzeit nutzte man schon Chatprogramme mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für solche Fragen. Genau so eine Verschlüsselung gibt es auch in der industriellen Kommunikation. Hier nennt sie sich VPN. Im Virtual Private Network hat jede Gegenstelle ein Zertifikat. Nur mit diesem Zertifikat können die verschlüsselten Daten zwischen dem Techniker und der Maschine des Kunden gelesen werden. Die drei wichtigsten Eigenschaften eines VPN sind Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität. Also die Verschlüsselung der Datenpakete, die Zertifizierung des Empfängers und die Garantie, dass kein anderer mitlesen kann. Hätten wir das damals in der Schule schon gewusst, hätte ich somit verhindert, dass meine Lehrerin den Zettel lesen kann. Der Servicetechniker kann nun eine sichere Kommunikation zu seiner Maschine aufbauen. Damit hier wirklich niemand mithört, muss er zu jeder Maschine eine einzelne Verbindung herstellen. Welche Vorteile hat dieser sichere Fernzugriff nun? In erster Linie können wir unsere Maschine vollständig kontrollieren und überwachen. Und zwar immer dann, wenn wir es wollen. Wir können aus vergangenen Fehlern lernen und diese in Zukunft vermeiden. Fernwartung ist also das Mittel für Predictive Maintenance. Und ganz nebenbei reduzieren wir stark unsere Reaktionszeiten im Fehlerfall, da für die Diagnose niemand vor Ort sein muss. Fassen wir zusammen. Fernwartung spart Zeit und Geld bei Servicefällen. Sie reduziert Maschinenstillstandszeiten, im besten Fall vermeidet sie diese sogar. Sie ermöglicht das Erstellen eines vollständigen Wartungskonzeptes. Und sie trägt Expertenwissen an die abgelegensten Orte. Du willst mehr über industrielle Kommunikation und Fernwartung erfahren? Dann schau doch mal auf unserer Webseite vorbei, die wir für dich unten eingeblendet haben. Dort kannst du dich weiter zum Thema Fernwartung informieren. Schau dir doch auch mal unser White Paper dazu an. Wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.